Ein toller Eindruck, die Sonne, das Wetter stimmt, das Team ist toll, es hat eine tolle Atmosphäre. Ich bin gestern erst angekommen und bin sehr gut aufgenommen worden, auch vom Trainerteam, aber auch von den Spielern. Sehr herzlich, sehr warm und man sieht, dass es eine tolle intakte Truppe ist. Ja, es betrifft einmal den Profibereich, die Jungprofispieler, die dann mit den Profis trainieren, die zu begleiten und natürlich den Nachwuchsbereich. Generell werde ich auf jeden Fall pendeln müssen zwischen beiden Sportstätten, um natürlich auch die Jungspieler zu sehen und im Detail zu arbeiten, ist natürlich das A und O letztendlich. Wenn die Spieler jetzt, wie wir gestern gesehen haben, bei dem Training sind, sie zu beobachten, zu begleiten, Gespräche zu führen, damit sie natürlich den Sprung in den Profibereich schaffen. Das ist letztendlich das Ziel und es ist dann wichtig, auch, sage ich mal, die Aufgaben vom Trainerteam, von der Philosophie her, den Jungspieler mitzugeben und sie vorzubereiten. Es sind gute Talente dabei. Ja, natürlich ist der Sprung zum Profibereich ein großer Sprung und dementsprechend ist es meine Aufgabe, sie optimal vorzubereiten. Aber die drei Jungs, die jetzt hier auch dabei sind, haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das Trainerteam der ersten Mannschaft und die Gespräche mit Freddy haben mich einfach überzeugt, zu Eintracht zu kommen und da was zu bewegen. Die Bedingungen sind super. Wir machen viele Taktik und natürlich Konditionen für die Läufe. Und ja, habe ich vorher gesagt, ja, brauchen wir das. Wir haben mehr Qualität für Fußball und wir müssen weiter hart arbeiten. Und wir haben nicht so viel Zeit für das erste Spiel und Rückrunde. Ja, Freiburg ist ein ganz schwieriger Gegner. Sie arbeiten viel und natürlich laufen auch viel. Wir kämpfen immer viel, ja. Und natürlich nicht einfach Gegner, aber trotzdem können wir so zu Hause spielen. Deswegen, ja, einfach gewinnen wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.